Musik 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 Also wir haben zuerst angefangen in Lillehammer oben, haben eigentlich super Bahnbedingungen gehabt, wo ich auch schon ganz knapp am Bahnrekord gefahren bin. Also ich bin richtig gut reingekommen, habe auch ein bisschen neues Material getestet. Also es hat mich eigentlich gleich einmal wohlgefühlt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020